Wenn Sie den Confluence Editor benutzen, können Sie ein Auslösezeichen tippen oder einen Tastenkürzel benutzen, um eine Liste vorgeschlagener Links, Dateien, Mentionen oder Makros zu sehen. Dieses wird Autovervollständigung oder Autocomplete genannt. Um auf einer Seite Dateien oder Bilder einzufügen, tippen Sie das Ausrufezeichen und Sie sehen eine Liste vorgeschlagener Images, Multimedia-Dateien und Dokumenten, die Sie auf der Seite einbetten können. Möchten Sie eine Ad-Benachrichtigung auf einer Seite einfügen, geben Sie das Ad-Zeichen ein und können so die vorgeschlagenen Nutzer auswählen, indem Sie beginnen, den Namen zu tippen. Um auf der Seite einen Link hinzuzufügen, tippen Sie die sich öffnende eckige Klammer und Sie sehen eine Liste vorgeschlagener Seiten oder anderer Stellen, von denen Sie auf Ihre Seite verknüpfen können. Sie können hier auch beginnen, den Namen eines Inhalts einzutippen und dieser erscheint dann auf der Liste zum Auswählen. Das Tippen einer sich öffnenden, geschweiften Klammer zeigt Ihnen eine Liste mit Makro-Vorschlägen, die Sie auf der Seite einfügen können. Das Tippen einer sich öffnen, die Sie auf der Seite einfügen, die Sie auf der Seite einfügen können. Danke.